Die zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Macht er gut! Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sie verlieren den Ball. Und der Vorteil für Schalke. Das könnte vielleicht was werden. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimannschaft. Die kurze Variante. Die Flanke fängt da ab. Sehr gut gemacht. Einwurf Schalke. Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Gefährlich! Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen Leipzig im nächsten Bundesligaspiel. Und das wird eine ziemlich offene Begegnung. Schmid. Werder Bremen macht Druck. Ja, mit viel Übersicht. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimannschaft. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnisses. Gute Aktion. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal... Ah, kein guter Abschlag. Was können sie jetzt daraus machen? Da hat nicht viel gefehlt. Der vertändelt den Ball, aber dann verhindert er doch noch den Gegentreffer. Ja, dann kann er jetzt aber erstmal kräftig durchatmen. Schmid. Sieht gefährlich aus. Ein guter Block hier. Jetzt ist es gefährlich. Weg ist der Ball. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Die Fans pushen sie nochmal nach vorne. Die wollen den Siegtreffer. Guter Vorstoß jetzt. Sie lassen eine gute Chance nach der anderen einfach liegen. Das ist fahrlässig, wie sie mit ihren Chancen umgehen. Und sie dürfen sich nicht wundern, dass es hier nur unentschieden steht. Der aktuelle Spielstand lautet hier also 1 zu 1. Und wir schauen mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der kommende Gegner der Werderaner, er heißt Borussia Dortmund. Und da müssen sie sich dann genauso reinhängen wie heute, dann haben sie eine Chance. Klasse Pass. Ja, könnte was werden. Er zieht ab. Was für ein Pech. Oh ja, der wäre wichtig gewesen. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ballverlust. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Kann er was draus machen. Die Möglichkeit zu flanken. Starker Zweiger. Ecke, das ist die Chance auf die späte Führung. In die Ecke kommt. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Was für eine Chance. Pfosten. Aus meiner Sicht die verdiente Führung. Sie waren die bessere Mannschaft. Ich glaube auch, dass sie das nicht mehr aus der Hand geben. Schauen wir doch mal drauf. Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein. Wolf, so kurz vor Schluss kann ich mir nicht. Der Schiedsrichter beendet. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es geht jetzt weiter. Ich bin danke. All захotte bin ichго ηjis. Du hast Elle intermittentрей. Oh, immer gern. Ich glaube, es ist eine cloche. Baben.